Heute ist Mittwoch, der 18. August, 0 Uhr, die Nachrichten. Die Bundesregierung will mit den Taliban über Ausreisemöglichkeiten für einheimische Ortskräfte verhandeln. Bundesaußenminister Maas sagte in Berlin, der deutsche Botschafter in Kabul, Potzel, sei in die katarische Hauptstadt Doha gereist, wo bereits US-Vertreter mit Taliban-Repräsentanten im Gespräch seien. Potzel wolle darauf hinwirken, dass sich auch Ortskräfte an den Flughafen begeben könnten. Nach Angaben der US-Regierung haben die Taliban inzwischen zugesagt, Zivilisten unbehelligt zum Flughafen in Kabul zu lassen. Am Abend startete in Kabul die dritte Maschine, um Deutsche und Ortskräfte außer Landes zu bringen. An Bord seien 139 Menschen teilte Maas im ZDF mit. Eine weitere Maschine stehe bereit. Die Flugzeuge steuern die usbekische Hauptstadt Taschkent an. Die Passagiere werden anschließend mit Chartermaschine der Lufthansa nach Deutschland geflogen. Zwei Tage nach ihrem Einmarsch in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die islamistischen Taliban das Ende des Krieges und eine allgemeine Amnestie verkündet. Der Krieg sei vorbei und jeder sei begnadigt, sagte Taliban-Sprecher Mujahid bei einer Pressekonferenz in Kabul. Er versprach, es werde keine Racheakte an denjenigen geben, die der bisherigen Regierung oder ausländischen Mächten geholfen hätten. Frauen dürften weiterhin arbeiten gehen, sofern ihre Erwerbstätigkeiten im Einklang mit den Prinzipien des Islam stünden. Private Medien sollten unabhängig bleiben, aber nicht gegen nationale Werte arbeiten. Der Vize-Chef der Taliban, Mullah Baradar, traf in Afghanistan ein, er landete aus Katakommend in Kandahar, wie die Taliban mithalten. In dem Emirat hatte er das politische Büro der Islamisten geleitet und Verhandlungen mit den USA geführt. Belarussische Grenzsoldaten haben nach Angaben der Regierung in Vilnius litauisches Staatsgebiet betreten, um 35 Migranten über die Grenze nach Litauen zu bringen. Innenministerin Bilotayte erklärte, bei dem Vorfall hätten zwölf Grenzposten die Grenze verletzt. Man könne eine solch dreiste Provokation nicht tolerieren. Nach Ansicht der EU instrumentalisiert der belarussische Machthaber Lukaschenko die Migranten, um Vergeltung für westliche Sanktionen gegen sein Land zu üben. Seit Jahresbeginn wurden mehr als 4000 Personen registriert, die irregulär nach Litauen einreisten. Viele stammten aus dem Irak. Heute beraten die Innenminister der EU darüber, wie die Union mit den Grenzübertritten umgehen soll. Der Iran hat internationalen Inspektoren zufolge die Herstellung von fast atomwaffentauglichem Uran ausgeweitet. Wie die internationale Atomenergiebehörde in Wien mitteilte, hat das Land in seiner Nuklearanlage in Natanz eine zweite Produktionseinheit in Betrieb genommen, um Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent herzustellen. Für Atomwaffen wären 90 Prozent nötig. Laut dem Atomabkommen zwischen dem Iran, den UNO-Veto-Mächten und Deutschland von 2015 müsste die Anreicherung unter vier Prozent bleiben. Die Verhandlungen in Wien zur Rettung des Atomabkommens pausieren derzeit und könnten im September mit Gesandten des neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi fortgesetzt werden. Mit neuen Corona-Regeln beginnt heute der Unterricht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Trotz steigender Neuinfektionen wird es für die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler landesweit Präsenzunterricht geben. Die Maskenpflicht im Gebäude und Klassenraum bleibt bestehen. Zwei Tests pro Woche sind vorgeschrieben. Geändert hat sich aber, dass nachweislich Geimpfte und Genesene von den Tests ausgenommen sind. Neu sind zudem flexiblere Quarantäneregeln. Beim Positivtest eines einzelnen Schülers muss nicht mehr die ganze Klasse in Isolation. An allen weiterführenden Schulen können für ältere Jahrgänge der Sekundarstufe 2 und für Schulpersonal Impfungen angeboten werden. Bayern München hat den Fußball-Supercup gewonnen. Die Münchner gewonnen bei Borussia Dortmund mit 3 zu 1. Im Supercup treffen der Deutsche Meister und der DFB-Pokalsieger aufeinander. Das Wetter. In der Nacht teils wolkig, teils stark bewölkt. In der Südwesthälfte Regen. Im Nordosten Schauer und einzelne Gewitter. In der Mitte häufig trocken. 15 bis 7 Grad. Am Tag wechseln bewölkt mit nachlassenden Schauern. 17 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten. Mehr Informationen in den Apps DLF Nachrichten und DLF Audiothek.